Musik Von jung bis alt in unserem Haus ist für alle etwas dabei und das alles unter einem Dach. Ob Babyschwimmen für die ganz kleinen oder Schwimmkurse für kleine und größere Kinder oder aber auch Schwimmlernkurse für den Kinderschuhen bereits Entwachsene. Wir bringen Ihnen das Schwimmen bei. Ob Fitness in Gruppen oder allein unter professioneller Anleitung oder ärztlicher Aufsicht. Wir machen Sie fit. Auch für Entspannung ist gesorgt. Bei unserem breit gefächerten Massage- und Entspannungsangeboten werden alle Sinne verwöhnt. Von Gesichtsmassagen über Aromaöl-Therapien bis hin zur hawaiianischen Lumi-Lumi-Massage. Hier findet jeder etwas Ansprechendes für sich selber. Und sollte Ihnen das noch nicht genug Entspannung sein, nutzen Sie unser verführerisches Sauna-Angebot mit wohltuenden exotischen Aufgüssen und einem weitläufigen Ruhebereich. Und wenn jetzt noch nicht alle Sinne genügend verwöhnt worden sind, dann besuchen Sie doch unser modernes Bistro, wo Sie unser freundliches Fachpersonal mit allerhand Köstlichkeiten verwöhnt. Kommen Sie zu uns und machen Sie sich fit. Oder gönnen Sie sich einen unvergesslichen, entspannenden Tag. Bei uns ist für jeden etwas dabei und das alles unter einem Dach. Ihr RehaSalus Team Untertitelung des ZDF für funk, 2017